Das heißt, ich brauche grundsätzlich natürlich immer erstmal Wissen, dann brauche ich die Fähigkeiten und grundsätzlich natürlich die Einstellung, was bin ich mir selbst wert. Weil was ist dann aktuell der größte Vermögenswert, den du hast? Das bist du selbst. Grüß dich, herzlich willkommen zum neuen Cashflow-Tipp, 10 Finanztipps für Einsteiger und meines Erachtens sind es die 10 Basic-Dinge, die ich einfach beherrschen muss, wie eine Klaviatur, damit du zukünftig auch finanziell frei, respektive finanziell unabhängig wirst. Und meiner Meinung nach ist das aktuell das erstrebenswerteste Ziel, was man überhaupt haben sollte, neben natürlich Gesundheit, ich sage mal geistige Freiheit, aber finanzielle Freiheit ist wirklich dieses erstrebenswerte Ziel, weil daraus resultierend kann ich in meinem Leben alles machen. Das heißt, ich kann mir alles leisten, ich kann mir die Dinge kaufen, die notwendig sind und vor allem, ich kann durch eine finanzielle Unabhängigkeit natürlich auch so meine geistige Freiheit ausleben. Warum? Ich kann immer das sagen, was ich will und ich kann vor allem auch das sagen, was ich nicht will. Und wir gehen mal diese 10 Dinge durch. Im Endeffekt sind es diese 10, sag mal, Rules, Regeln, wo ich einfach sage, hey, wenn du das kannst, ja, wirklich von der Skala von 1 bis 10 in jedem Bereich immer besser wirst, dann bist du auf dem besten Weg auch zukünftig wirklich großen Wohlstand, großen Reichtum, ja, und vor allem Freiheit aufzubauen. Das erste und das ist das absolute Fundament ist was? Finanzielle Bildung. Finanzielle Bildung ist der Grundstein, damit ich überhaupt theoretisch weiß, was muss ich tun, welche Punkte, welche Regeln muss ich beherrschen. Ja, Robert T. Kiyosaki, für mich einer der besten Autoren der Welt, Rich Dad, Poor Dad, was Eltern ihren Kindern über Geld beibringen, ist eine Basislektüre. Ja, so denken Millionäre von THF Eker oder auch Denke nach und werde reich von Napoleon Hill. Das sind Basislektüren, um überhaupt mal zu lernen, was bedeutet finanzielle Bildung, dass ich weiß, was ist eine Verbindlichkeit, was ist ein Vermögenswert, dass ich weiß, was ist eine Investition, was ist eine Spekulation. Ja, ich muss ja erstmal wissen, was ist grundlegend wichtig, damit ich mehr Vermögen aufbaue. Und viele denken ja immer, ha, ich brauche natürlich viel Geld, dann kann ich auch viel Geld machen, ich kann mehr Geld erwirtschaften. Das ist ein Trugschluss. Ja, es fängt alles an in der Theorie mit finanzieller Bildung. Das zweite ist dann folgendes, wenn ich mir die grundsätzliche finanzielle Bildung mal aufgebaut habe, ja, und Basic Wissen habe, dann brauche ich natürlich was? Ich brauche einen Schritt-für-Schritt-Plan. Übrigens, das komplette Video habe ich schon mal in meiner Facebook-Live-Gruppe gemacht, in der Cashflow-Coaching-Community-Gruppe. Wir verlinken die Gruppe unten, dann tritt der Gruppe auf jeden Fall bei. Eventuell kriegen wir das Video auch direkt verlinkt, dass du darauf zugreifen kannst. Das ist ein Vortrag, das geht, glaube ich, eineinhalb, ein Dreiviertelstunde. Das heißt, ich mache nur mal die Kurzversion dieser einzelnen Punkte, damit du weißt, auf was kommt es an. Schritt-für-Schritt-Plan, was bedeutet das konkret? Ich muss natürlich immer erstmal in der Theorie wissen, okay, was ist denn relevant und wichtig, um zukünftig reich, wohlhabend zu werden und vor allem natürlich immer kontinuierlichen Cashflow aufzubauen. Und der Schritt-für-Schritt-Plan ist, ich muss A, natürlich was wissen. Ich muss eine Übersicht haben über meine Einnahmen- und Ausgabensituation, ist aber auch gleich Punkt 3. Ich muss natürlich wissen, wo starte ich? Worauf lege ich in erster Linie meinen Fokus? Es ist grundsätzlich wichtig, das Einkommen zu erhöhen. Das heißt, wie kann ich einkommensproduzierende Aktivitäten durchführen? Wie kann ich entweder ein Business skalieren, wie kann ich einen Nebenjob aufbauen oder wie kann ich in meinem Hauptjob mehr Einkommen generieren? Indem ich meine Fähigkeiten erhöhe, indem ich eine bessere Ausbildung mache. Das heißt, ich brauche grundsätzlich natürlich immer erstmal Wissen, dann brauche ich die Fähigkeiten und grundsätzlich natürlich die Einstellung, was bin ich mir selbst wert? Weil was ist denn aktuell der größte Vermögenswert, den du hast? Das bist du selbst. Weil wenn kein anderer Vermögenswert dir aktuell das Einkommen beschert, was du mit deiner aktiven Arbeitskraft umsetzt, dann bist du der größte Vermögenswert. Und die Frage ist, wie kriege ich das irgendwann von der Waage so verteilt, dass zukünftig deine Assets, deine Vermögenswerte, die Erträge einbringen, ein residuales Einkommen bescheren, kontinuierlichen passiven Cashflow, dass du aktiv nicht mehr arbeiten musst. Also das Wichtige ist, ein Schritt-für-Schritt-Plan, so wie wir es ja auch machen mit unserem Drei-Schritte-Prozess von der Wirtschaftskanzlei, von der VIP-Group, dass wir sagen, okay, wir holen die Leute genau dort ab, wo sie sind. Das heißt, ich brauche eine Zielplanung, wie viel Vermögen brauche ich, um aus den Erträgen leben zu können, wie komme ich auf diese Situation, ich muss diese fünf Basics beherrschen, sprich Einkommen erhöhen, richtiges Sparen, richtiges Managen, wie budgetiere ich, richtig umzugenießen, Thema investieren und natürlich A, der erste Punkt, finanzielle Bildung und reiches Denken. Ja, reiches Denken ist so wichtig, damit du überhaupt mal ein Gefühl bekommst, hey, wie könnte dein Leben denn aussehen, wenn Geld und Zeit keine Rolle spielt. Ja, so, gehen wir mal in das Dritte. So fängt eigentlich bei einer Haushaltsplanung oder bei einer Cashflow-Planung alles an, in jedem Unternehmen. Ihr müsst euch immer vorstellen, wenn ein Unternehmen eure Hilfe will, eine Privatperson will eure Hilfe und sagt, ich habe zu wenig Geld oder ich möchte mehr Geld, was würdet ihr tun? Ihr würdet immer die aktuelle Situation anschauen, sprich das sogenannte Altdeutsch-Haushaltsbuch. Ja, so und was ist einem Haushaltsbuch zu finden? Auf privater Ebene nennt man das Haushaltsbuch, das ist die Bilanz der Familie. Okay, unternehmerisch sagt man, spricht man von einem Businessplan, Bilanz etc. pp. Weil ich muss doch A wissen, wie hoch sind meine Einnahmen, wie hoch ist mein Einkommen und wie hoch sind meine Fixkosten. Ja, ich sage immer, bei vielen ist das Einkommen ein Kommen und ein Gehen, weil die Fixkosten sind so hoch, dass es ein durchlaufender Posten ist. Und genau das ist die Krux. Die Kunst ist, alles in Prozente zu rechnen. Ja, zu sagen, okay, mein Einkommen ist x, meine Fixkosten sind wie viel Prozent davon. Und der Fokus muss zukünftig darauf liegen, dieses prozentuale Delta, das ich aktuell habe, auszubauen im positiven Sinn. Ja, weil wenn ich schaue, dass ich meine Einnahmen erhöhe, meine Fixkosten reduziere, also für gleiche oder bessere Leistungen. Ja, wenn ich expandiere und das Unternehmen z.B. hoch skalieren will, dann erhöhe ich natürlich irgendwann auch meine Fixkosten. Das ist normal. Die Frage ist immer, in welchem prozentualen Verhältnis. Ja, also, wenn du eine Privatperson bist, für ein Haushaltsbuch, du musst nicht nur wissen, wie hoch deine Einnahmen sind und wie oft die kommen, sondern musst vor allem wissen, wo geht dein hart verdientes Geld hin. Ja, und die Kunst ist es, Geld richtig zu managen. Und da gibt es wirklich gute Dinge wie Microbalance, ja, es gibt Toschel, wir werden das einfach auch in der Beschreibung verlinken. Diese beiden Haushaltsbücher sind ziemlich gut, mit denen kann man sehr gut arbeiten, auch App-basiert teilweise, bei Toschel ist es zumindest so. Und das ist elementar wichtig, dass du Bescheid weißt über deine Zahlen, Daten, Fakten. Ich kenne niemanden, der extrem reich ist, Multimillionäre oder Milliardäre, die über ihre Zahlen nicht Bescheid wissen. Wenn ich dich heute frage, wie viel Konten hast du, muss eine Antwort kommen. Wenn ich dich frage, wie viel Geld ist auf den Konten, dann musst du mir eine Antwort liefern, tagesaktuell. Wenn ich dich frage, wie hoch ist dein Nettovermögen, dann solltest du das täglich, weil du dich damit beschäftigst, beantworten können. Und nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, was mein Aktiendepot wert ist, ich weiß nicht, was meine Lebensversicherung, was da für ein Rückkaufswert drin ist. Das heißt, ich muss mich damit beschäftigen. Ein Vermögen muss gepflegt werden. Alles, was wachsen soll, was sich verbessern soll, muss gepflegt werden. Das ist selbsterklärend, selbsterklärend. So, das vierte ist, was für ein Geldtyp bist du? Also, diese Geldtypen habe ich irgendwann mal entwickelt auf der Grundlage der Farbenlehre. Farbenlehre kennt man eventuell. Es gibt den roten Typ, es gibt den gelben, es gibt den blauen und den grünen. Alle haben verschiedene Verhaltensmuster, sprich von ihrer Persönlichkeitsstruktur. Und ich habe mir irgendwann mal, als ich mich mit dem Thema Farbenlehre so stark auseinandergesetzt habe, habe ich überlegt, kann es sein, dass anhand den Farbtypen, anhand den Verhaltensmuster, die Charaktereigenschaften eines Menschen, kann man daran erkennen, was seine Stärken in Bezug auf Geld sind und vor allem auch seine Schwächen. Und du musst wissen, was für ein Geldtyp bist du? Ja, grundsätzlich bist du eher der Rote, sprich der Dominante, der Entscheider, ja, dem es wichtig ist, was denken natürlich auch andere Leute von mir, bist du eher der Gelbe, ja, der Gelbe Typ ist der Extrovertierte, der Partymaker, ja, die sind natürlich gut, Netzwerke aufzubauen, Geld zu verdienen, da sie um jeden Preis auffallen wollen, sind sie Geldverschwender, ja, sprich Moneywaster. Der Rote ist der sogenannte Moneymaker, warum? Der weiß immer wieder, wie er zu Geld kommt. Der Grüne ist der harmoniebedürftige Mensch, das ist der sogenannte Moneygiver. Warum? Warum Moneygiver? Ganz einfach, weil er sich Entscheidungen aufdrücken lässt, ja, hat drei Staubsauger, lässt sie nur einen vierten verkaufen und deswegen ist er der Moneygiver. Ihm ist es wichtiger, dass es anderen Menschen gut geht, als ihm selbst und deswegen trifft er auch keine Entscheidung, weil er Angst hat, falsche Entscheidungen zu treffen. Das heißt, er ist schlecht im Investieren, ja, schlecht im Geldverdienen. Das Einzige ist, er hat ein stetiges Einkommen, ja, und gibt dann auch schnell Geld für irgendwelche Dinge aus, die er nicht braucht, die ihm rot strukturierte Leute verkaufen. Der sogenannte Moneymaker nimmt dem Moneygiver das Geld logischerweise ab, ja. So, und dann haben wir natürlich den blauen Typ, den Zahlen-Daten-Fakten-Mensch, den Analytiker. Der weiß über seine Zahlen-Daten-Fakten-Bescheid, aber hat natürlich oftmals die Problematik, Entscheidungen zu treffen. Und das sind alles Punkte, wenn man sich anschaut, die erfolgreichsten, finanziell erfolgreichsten Menschen sind rot-blau strukturierte Menschen. Das heißt, Entscheider, Unternehmer, die was aufbauen wollen mit einer Vision, die Macher sind und auf der anderen Seite auch alles relativ gut managen, strukturieren und damit auch Multimillionen- oder Milliardärsunternehmen oder Milliardenunternehmen aufbauen, ja. Und da gehe ich auch in verschiedenen Kursen näher drauf ein. Deswegen schaut euch auf jeden Fall die Aufzeichnung des Lives in der Facebook-Gruppe an, ja. Also ich muss einfach wissen, was hier passiert, das war bestimmt eine Mücke, wissen, was für ein Geldtyp bin ich denn, ja. So, das Fünfte ist natürlich dann auch wichtig. Was ist mein finanzielles Ziel? So, und ich muss ja immer schmunzeln, wenn Finanzberater draußen bei Menschen sind und sagen, ja, du hast aufgrund der Rentensituation ergibt sich bei dir eine sogenannte Rentenlücke und wir müssen das auffangen und deswegen müssen wir einen Riester oder einen Rürup oder einen Fondsparplan oder eine vorgebundene Rentenversicherung machen. Es ist keine Rentenlücke, die aufkommt in den nächsten Jahren. Das ist ein Rentenquater. Das ist eine Lücke, die so groß ist, dass inflationsbereinigt keiner mit diesen Produkten Vermögen aufbauen wird. Das muss einfach jedem bewusst sein, ja. Im Videokurs von mir erkläre ich das auch ganz genau. Also schaut gerne den Videokurs an. So, was ist das finanzielle Ziel? Das heißt, ich muss genau wissen, wie hoch muss mein Nettovermögen sein, um aus den Erträgen leben zu können, wenn ich es zu einem gewissen Prozentsatz in einem vernünftigen Portfolio investiere. Und wie komme ich in welchem Zeitraum ohne Variable auf dieses Nettovermögen? Am besten natürlich noch inflationsbereinigt, respektive, wenn ich investiere in vernünftige Sachwerte, in wirklich echte Werte, dann hat das Ganze sowieso einen natürlichen Inflationsschutz, weil es die Inflation einfach technisch und natürlich ausgleicht, ja, durch die Geldmengenerweiterung. Und dieses finanzielle Ziel, das ist doch wichtig zu wissen. Wie berechnet sich das? Wie ist die Formel dazu? Wie kann ich da einsteigen? Und wie kann ich in Zukunft aus diesen Erträgen leben? Und wenn ich das weiß, mein klares finanzielles Ziel, damit ich in der Situation, in der komfortablen Situation bin, dass ich nicht mehr arbeiten muss, sondern ich kann machen, was ich will, das ist die absolute Champions League. Und ich liebe ja diesen Spruch, dass man dann als Angestellter, wenn sein Chef nicht so in Ordnung ist, dann geht man dorthin und sagt, pass auf, lieber Chef, ich habe ein Augenproblem. Sagt er, was für ein Augenproblem hast du denn? Ganz einfach, ich kann mich hier nicht mehr arbeiten sehen. Und für viele ist das ein erstrebenswertes Ziel. Jeden Tag aufzustehen und zu sagen, ich kann aufstehen, wann ich will. Ich kann auch von dort aus arbeiten, wo ich will, wann ich will, mit wem ich will. Und ich kann vor allem das machen, worauf ich Spaß habe, wo meine Leidenschaft drin ist. Ab dem Zeitpunkt, wo du in die richtige Richtung kommst, dieses finanzielle Ziel anzupeilen und richtigen Cashflow generierst, wirst du mehr Geld verdienen als jemals zuvor. Warum? Weil du endlich das machen kannst, was du immer wolltest. Und das ist ja auch der Grund, warum ich heute in der komfortablen Situation bin, weil das alles, was ich mache, ist ja keine Arbeit mehr. Das ist das, was ich am besten kann, wo ich mich freue, wo Leute dankbar sind drüber und deswegen mache ich das jeden Tag. Und wenn ich keine Lust mehr habe, dann mache ich es einfach nicht. Aber solange ich noch Lust habe, kannst du davon profitieren. Deswegen müssen wir über dieses finanzielle Ziel sprechen. Und jetzt haben wir die ersten fünf Punkte von diesem Thema. Zehn Finanztipps für Einsteiger. Und das Spannende ist, du willst bestimmt wissen, was sechs bis zehn ist. Und wir machen jetzt hier einen Break. Und dann sehen wir uns im nächsten Cashflow-Tipp wieder, wenn ich dir dann Punkt sechs bis zehn aufzeige. Deswegen lass gerne mal einen Kommentar da, was du zu den ersten fünf Tipps sagst. Was kannst du davon erfolgreich umsetzen? Abonniere auf jeden Fall den Channel. Und dann geht nächste Woche der nächste Cashflow-Tipp online. Und dann zeige ich dir Finanztipps für Einsteiger Punkt sechs bis zehn. Bis dahin, ganz liebe Grüße. Dein Tobias Redhaber, Cashflow-Experte Nummer eins.